Wir haben jetzt ein Wahljahr, ein großes Wahljahr mit EU-Wahl, Nationalratswahl. Gerade im Klimabereich sieht man jetzt schon, dass sehr viel Polarisierung reinkommt. Klimaschutz wird zum Kulturkampf hochstilisiert. Es ist eben auch viel Falschinformation im Umlauf. Man hat das jetzt auch auf EU-Ebene gesehen mit dem Wiederherstellungsgesetz, also Renaturierungsgesetz, dass sich schon einige Blöcke auch in Position bringen und damit Desinformation kommen, um gegen diese Transformation sich in Stellung zu bringen. Hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politik Interessierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin freier Journalist und heute unterhalte ich mich mit Katharina Rogenhofer und Florin Maringer. über ihr neues Institut, Kontextinstitut für Klimafragen. Katharina Rogenhofer war zuvor Sprecherin des Klimavolksbegehrens. Florin Maringer war bis vor kurzem im Kabinett der Klimaministerin Gewessler als Experte für Neuerbare Energien. Und die beiden haben jetzt zusammen einen Think Tank für Klimafragen aufgebaut, mit dem sie die öffentliche Diskussion mit Analysen, wissenschaftlichen Erklärungen und fundierten Einordnungen zum Thema Klimawandel und was wir dagegen tun können, bereichern wird. Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen Katharina Rogenhofer und Florin Maringer. Freut mich sehr da zu sein. Hallo. Hallo. Ganz offen gesagt beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Katharina Rogenhofer, wir haben das schon einmal besprochen bei einer früheren, ganz offen gesagt Folge, als du mittlerweile das Klimafolksbegehren gestartet hattest. Davor hatten wir, glaube ich, über einzelne Interviews Kontakt. Florian Maringer, wir kennen uns, glaube ich, aus deiner Zeit, als du noch nicht im Kabinett Gewessler tätig warst, sondern bei Erneuerbare Energie Österreich, oder? Genau. Und ich glaube über Twitter. Irgendwo habe ich mir gedacht, ich muss Recht haben und muss dir darauf hinweisen oder so. Es ist undenkbar, dass ich nichts Recht gehabt hätte. Ja, same, same. Zweite Frage, seid ihr politisch aktiv derzeit? Nein. War ich auch noch nie. Warum wir uns heute unterhalten, vielen Dank dafür, ist, dass ihr beide gerade vor einigen Monaten das Kontextinstitut gegründet habt. Können Sie uns ganz kurz erklären, was denn das ist? Ich glaube, was wir jetzt gerade überall klimapolitisch sehen, ist, dass naturwissenschaftlich alles eigentlich mehr oder weniger klar ist und geklärt ist. Die Dringlichkeit ist auch spürbar schon. Die Frage ist jetzt eher, warum wird nicht genug umgesetzt? Warum werden bestimmte Maßnahmen nicht gesetzt, verhindert? Was sind denn so Glaubenssätzen, Interessen, die dem entgegenstehen? Und wir haben uns gedacht, eigentlich wäre es wichtig, eine Institution zu haben, die da hinschaut und eben klimapolitisch einordnet. Gar nicht so sehr, was sind jetzt technologische Möglichkeiten, was ist naturwissenschaftlich notwendig, sondern eher, was ist politisch möglich? Warum sind manche Dinge möglich in anderen Ländern zum Beispiel? Was kann man sich da abschauen? Aber auch, warum gehen bestimmte Sachen nicht und woran muss man da arbeiten? Und das ist irgendwie so ein bisschen unser Fokus, dort hinzuschauen, wo vielleicht andere nicht so gerne hinschauen, weil man da Vorhänge aufziehen muss, den Nebel ein bisschen dichten muss. Was passiert hinter verschlossenen Türen bei irgendwelchen Gesetzesverhandlungen? Was ist etwas, was leicht möglich wäre, aber nicht getan wird? Wo liegen Verantwortlichkeiten? Und dort den Finger drauf zu legen. Und wir haben es aus gutem Grund eigentlich zu dritt gegründet, die Katharina Rogenhofer, die Tina Deutsch und ich eben. Die Tina Deutsch kommt aus der Wirtschaft, die war jahrelang im Consultancy-Bereich tätig, ist auch selbstständig, Start-up, Scale-up und bringt die Brille sozusagen sehr stark ein. Die Katharina, glaube ich, braucht man nicht vorstellen, mit dem Klimavolksbegehren eh bekannt. Und ich eben sehr stark aus der Interessenvertretung bzw. dann aus der Politik und ich glaube, das sind diese Perspektiven, die man einbringen kann, sollte, um da einen besseren Blick rundherum auf Probleme oder die Herausforderungen zu haben und auch zu geben. Ihr habt jetzt gesagt, das Führungspersonal quasi von Kontext, dem Institut für Klimafragen, eine Art Think Tank, kann man das so sagen? Im Grunde schon. Wir haben bewusst den Begriff Think Tank nicht gewählt, weil wir auch der Meinung sind, dass Think Tank eigentlich immer wieder falsch geprägt ist, nämlich von politischen Interessen. Und de facto ist das einzige politische Interesse, dass wir haben, eine aktive Klimapolitik im Sinne der Transformation, Klimaneutralität und nicht irgendein parteipolitisches Interesse, weil das Thema ja breit genug ist oder eigentlich nicht breit genug ist, sondern es ist einfach, es muss breit genug sein, um für jede Partei, aber für jede Interessensgruppe eigentlich einen Need zu erzeugen, etwas zu tun. Gut, aber das sagt ja letzten Endes jeder Think Tank von sich, dass er kein parteipolitisches Interesse hat, sondern ein allgemeines Was getan werden müsste, oder? Natürlich, aber ich glaube sozusagen, die Arbeit ist dann, die Äquidistanz zu halten und the proof lies in the pudding. Und ich glaube auch, dass gerade im Klimabereich, wenn wir uns jetzt Think Tanks in Amerika zum Beispiel anschauen, es geschichtlich einfach ganz lange so war, dass die Think Tanks, die es dort gibt zu Klimathemen, meistens eher die waren, die von Ölindustrie gesponsert waren etc. und eher Zweifel an der Klimakrise gestreut haben. Das heißt, gerade nochmal in unserem Bereich ist so dieser Begriff Think Tank ein bisschen behaftet. Sponsoring ist natürlich ein gutes Stichwort. Wie finanziert ihr euch? Also da wollen wir natürlich auch sehr breit aufgestellt sein. Also in unseren Richtlinien steht, dass man nicht über 20 Prozent, also eine Einzelspende kann nicht über 20 Prozent unseres Jahresbudgets ausmachen. Also es soll aus verschiedenen Richtungen kommen jetzt gerade, kommt unser Budget aus philanthropischem privaten Kapital, Stiftungsgeldern, aber auch eben von unternehmerischer Seite und langfristig auch öffentliche und Stiftungsgelder für unsere Forschung. Verstehe. Nur ganz kurz noch zur Einordnung und dann kommen wir schon zum Hauptteil des Gesprächs. Wie viele Mitarbeiter, wie groß seid ihr? Jetzt gerade sind wir ein Team von elf Leuten, nicht alle Vollzeit, aber doch schon gewachsen. Und in den verschiedenen Bereichen, also unsere Arbeit, quasi das inhaltliche Fundament sind Analysen, die wir herausgeben, teilweise gemeinsam mit wissenschaftlichen Institutionen. Und dann haben wir ein Kommunikationsteam und ein Netzwerkteam. Ja, verstehe. Ich würde heute gerne über drei, sehr grob gesprochen, drei Themen mit euch sprechen. Erstens, wo Österreich und wo Europa derzeit klimapolitisch stehen. Zweiter Teil, was die nächsten Schritte sind, was zu tun wäre. Und drittens, was ihr mit Kontext dazu beitragen könnt, wo wir das, was wir jetzt gerade besprochen haben, vielleicht noch ein bisschen vertiefen können. Also fangen wir an. Wo steht Österreich gerade klimapolitisch? Ich glaube, was sich lohnt, den Schritt zurück zu treten. Recht interessant ist, dass wir, wenn wir über Klimapolitik reden, mittlerweile über globale Klimapolitik reden. Das ist noch mehr als früher. Und auch spannend ist, dass wir in einer Zeit sind, in der es eigentlich nicht mehr so sehr darum geht oder eigentlich fast gar nicht mehr darum geht, darüber zu sprechen, gibt es die Klimakrise, gibt es den Klimawandel oder nicht, sondern es geht eigentlich mehr um die Umsetzung und das ist ein globales Thema. Das Zweite ist, wir sehen sehr stark, dass genau diese Umsetzung auch global ein Thema ist. Also wir sehen es in China, wir sehen es in den USA, wir sehen es aber auch in anderen Weltregionen, die noch deutlich mehr Herausforderungen haben, dass es sozusagen immer stärker da reingeht, dass sie halt in Klimatechnologien investieren. Das plakative Beispiel ist immer die E-Mobilität, aber das geht ja noch viel weiter und viel tiefer greifender. Und der zweite große Trend ist, dass diese Technologien halt mittlerweile auch sozusagen skalieren und marktfähig sind. Das heißt, wir befinden uns mittlerweile in einer ganz anderen Phase der Diskussion rund um Klimapolitik als früher. Also es geht mittlerweile nicht mehr ausschließlich um Emissionseinsparungen und um Grundsatzfragen, sondern vielmehr darum, wie machen wir das jetzt und um ganz breit und tiefgehende Fragen wie Lieferketten, Wertschöpfung, Arbeitsplätze, nachhaltige Arbeitsplätze, langfristige Arbeitsplätze und eine grundlegende Transformation. Und ich glaube, vor dem Hintergrund dessen sieht man sehr stark, dass nach dem Pariser Klimaabkommen auch in Europa die Klimapolitik sich massiv geändert hat, nämlich weg von großen Einzelzielen hin zu, wir brauchen Subziele, wir brauchen Maßnahmen, wir brauchen Regulatorik, also vielmehr in die Umsetzung. Und so runtergebrochen ist es auch in Österreich gelandet. Und das ist sehr erfreulich im Grunde, dass wir über die Umsetzung reden und über sehr detaillierte Themen. Wir sehen aber auch, wenn wir über so detaillierte Themen reden und über eben Arbeitsplätze, Wertschöpfungsketten, einzelne Produkte oder einzelne Lösungen, dass da noch viel zu tun ist, weil natürlich die Lösung für das eine kann auch sein, dass es für etwas anderes dann keine Verwendung mehr gibt. Und ich glaube, das zeichnet gerade die Klimapolitik oder die Klimadiskussion am stärksten aus, dass wir derzeit das eine ersetzen und das andere ausläuft und das andere natürlich wenig Freude hat damit. Und ich glaube, was wir international, aber auch in Österreich sehen, ist, dass das, was wir uns als Klimaziele gesteckt haben, gerade nicht erreicht wird. Und die Frage ist eben, wie schafft man den Switch dorthin, dass wir die Klimaziele erreichen, was wir ja nicht nur tun, weil wir uns die selber gesteckt haben, sondern weil das ja auch wirklich dazu beiträgt, dass wir auf diesem Planeten noch leben können. Und da passiert in Österreich das Gleiche wie international, eben dadurch, dass wir jetzt über Maßnahmen reden. Und das ist ein großer Fortschritt und der ist auch groß. Teils, finde ich, dank der Klimabewegung ist es von wir reden nicht drüber zu wir reden zumindest drüber. Aber jetzt geht es an die Details. Und da sieht man jetzt zum Beispiel in Europa. Es wird zwar ein Enddatum für den Verbrennermotor festgelegt, aber dann gibt es eine Ausnahme für E-Fuels, aber auch in Österreich mit dem Erneuerbaren-Wärme-Gesetz. Da wurde ja davor mal eine Ausnahme für grünes Gas verhängt und jetzt ist das Enddatum für Gasheizungen ganz rausgewandert. Das heißt, den letzten Schritt oder dieses wirklich in die Umsetzung, in die Maßnahmen kommen, dass die Länder genug umsetzen, dass wir genügend erneuerbare Energien ausbauen, also all diese Maßnahmen, die umgesetzt werden sollten, da ist das wirkliche Problem oder da muss man hinschauen, weil da zu wenig passiert. Florian Maringe, du warst bis vor wenigen Monaten im Kabinett der Klimaministerin Gewessler tätig, als Experte für Energie. Warum ist denn das so, dass dann doch wieder bei all dieser Dringlichkeit und bei allem Bewusstsein dafür, dass gehandelt werden muss, sogar in einer Regierung mit grüner Beteiligung, eben solche Ausnahmen wie zum Beispiel beim EWG, beim Erneuerbaren-Wärme-Gesetz hineinfinden? Aus der Realpolitik gesprochen quasi. Das ist natürlich immer eine Gratwanderung, die Antwort auf solche Dinge. Und vor dem Mikro schwerer zu beantworten wie ohne Mikro. Ich glaube, was wir gerade sehen, ist ein Aushandlungsprozess. Also das ist tatsächlich etwas, was in einer Demokratie durchaus Sinn macht. Nicht durchaus Sinn, was der Sinn einer Demokratie ist, dass es Aushandlungsprozesse gibt. Und das habe ich vorher eben auch gemeint. Also wir sehen diese Aushandlungsprozesse plakativ bei solchen Gesetzen. Und was ich gelernt habe, war, dass sobald man anfängt, ein Gesetz zu schreiben, wird das, was man vorher diskutiert hat, real. Also man muss das in Paragraphen gießen und dann merkt man erst, geht das oder geht das nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, es geht halt um fundamentale Veränderungen. Und ich glaube, das macht eine Demokratie so stark, dass diese fundamentalen Veränderungen konsensual passieren müssen. Das zeigt aber auch ihre Schwächen auf, wenn wir in einer Zeit sind, in der es eben diese fundamentalen Veränderungen gibt. Und das eine halt strukturell etabliert seit Jahrzehnten oder eigentlich über 100 Jahren da ist. und das andere halt noch nicht da ist oder noch nicht ganz angekommen ist. Das heißt, ich muss Regeln machen für die Zukunft, eigentlich schon für die Gegenwart. Und muss, wenn ich diese Regeln mache, auch der Vergangenheit oder der Legacy sozusagen sagen, okay, ihr seid Legacy und ihr müsst jetzt langsam raus. Und da passiert das, was in einer Demokratie oder in einer institutionellen Demokratie hat passiert, dass die, die verlieren oder vermeintlich verlieren oder keine Zukunft sehen für sich, den stärksten Widerstand leisten und dann anfangen mit Druckbildern, dann anfangen sozusagen das Kapital zu investieren in eine Verlängerung des Status Quo. Und das ist natürlich eine Schwäche dann, ich glaube, nicht nur in einer Demokratie, sondern in jedem Land, dass das halt, wenn das nicht öffentlich genug ausgehandelt wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieser Aushandlungsprozess sehr öffentlich stattgefunden hat und dass wir auch noch mehr darüber diskutieren müssen. Und persönlich möchte ich die Anmerkung nicht ganz fallen lassen. Es ist auch bisher egal, ob die Grünen beteiligt sind oder nicht. Im Grunde sind es Fragen, die jede Partei beschäftigen müssen. Sei es, wenn man sagt, die ÖVP ist eine Wirtschaftspartei oder wäre eine Wirtschaftspartei, dann muss man natürlich sagen, okay, dann muss sozusagen, die Zukunft liegt da, wo die Wirtschaft in Zukunft Wachstumschancen hat und nicht wo sie in der Vergangenheit Wachstumschancen hatte. Bei den Grünen geht es ganz klar um Klimaschutz und diese Transformation. Bei der SPÖ geht es natürlich sehr stark um den sozialen Ausgleich, die Leistbarkeit und Arbeitsplätze. Und auch hier die Diskussion findet hier auch statt und muss stattfinden. Und bei den Neos natürlich genauso mit den Narrativen, die alle anderen ähnlich haben. Also ich glaube tatsächlich, dass es ein breites Thema ist und unabhängig von der Partei. Und dass es derzeit eben solche Aushandlungsprozesse sind. Und wenn wir das nicht gutieren und schlecht finden, dann ist das gut, dann müssen wir das verbalisieren. Aber ich glaube sozusagen bei Wahlen, und das sind dann nicht nur die Nationalratswahlen, sondern auch Landtagswahlen, das sind auch Arbeiterkammerwahlen, Wirtschaftskammerwahlen. Oder die Europawahl jetzt. Oder die Europawahl, wo man eben sich die Frage stellen muss, in welche Richtung geht es und die Frage auch beantworten lassen muss. Die Frage muss man einfach stellen. Und wenn das jemand nicht beantworten kann, dann muss man auch als Peergroup darauf hinweisen, dass es gut wäre, wenn der oder diejenige sich in die Richtung entwickelt. Ich glaube, so funktioniert das. Ich glaube, das Problem, das wir jetzt gerade sehen, und der Florian hat es schon angesprochen, unser ganzes System, sei das jetzt Infrastruktur, sei das jetzt wie die Wirtschaft funktioniert, wie wir wohnen, wie wir von A nach B kommen, all das ist aufgebaut worden, berechtigterweise auch quasi unter der Sicht. Energie ist einfach da und wir können ja Öl, Kohle und Gas verheizen. Jetzt ist es nicht so. Jetzt ist das genau das, was uns das Haxel stellt. Und hier Veränderung reinzubringen ins System ist halt extrem schwierig, weil eben, ich habe von Glaubenssätzen vorher gesprochen, was sind denn Glaubenssätze, die so im Raum stehen? Das sind so Sachen wie Klimaschutz wird ein Schaden, da wird die Wirtschaft abwandern, das wird dem Standort schaden, da werden nur die Armen drauf zahlen, wir müssen eh nichts machen, weil die Technologien werden uns retten, irgendwann wirst du grün tanken etc. Das sind alles Dinge, die immer wieder gesagt werden und die auch geglaubt werden. Und gegen das muss man irgendwie ein bisschen ankommen, aber auch die legitimen Ängste, die dahinter sind, adressieren. Weil das ist ja nicht nur so, dass ich herkommen kann und sagen kann, ja, weil ich mir das jetzt so naiv vorstelle, wir müssen ja nur die Industrie verändern oder wir müssen ja nur was weiß ich was und das können die ja von heute auf morgen, nein, können sie nicht. Und da ist genau der Aushandlungsprozess, der stattfinden muss, aber da muss man auch hinschauen, weil was passiert denn da? Da wird auch teilweise Geld in die Hand genommen, um genau diese Transformation, die es braucht und wo, glaube ich, fast alle mittlerweile einig sind, verzögert wird. Und da hinzuschauen und zu sagen, welche Kräfte, welche Glaubenssätzen, welche Interessen, welche Infrastrukturen stehen dem entgegen und wie können wir das ändern, damit wir auf der einen Seite sozial gerecht, aber auf der anderen Seite auch wirtschaftspolitisch gescheit das machen. Und das ist die Frage, die sich jetzt, glaube ich, in den nächsten fünf Jahren stellen wird. Katharina, du hast ja zuerst gesagt, wir sind derzeit nicht auf unserem Zielpfad. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, wir hatten 2022 einen Ausstoß von circa plus minus 72, 73 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten und sind seither nach allen Prognosen auch 2023 wieder unter diesem Niveau gelandet. Also wir haben, glaube ich, den dritten Rückgang in Folge und den ersten in einem Nicht-Corona-Jahr, wenn man das so sagen mag. Ist das nicht schon mission accomplished? Also auf jeden Fall ist eine Richtung eingeschlagen, die es vorher nicht gegeben hat. Also wir waren ja bis vor drei Jahren, glaube ich, eines von fünf Ländern in der Europäischen Union, die es nicht geschafft haben, ihre drei Postgasemissionen zu senken seit 1990. Das heißt, ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht dort, wo wir hin müssen. Also wir wollen ja, zumindest ist das das erklärte Ziel, 2040 klimaneutral werden. Im Regierungsprogramm ist das zumindest fixiert, sonst noch nirgends. Da fehlt noch einiges an Fixierung, eben genau dieses Plans und des Zielpfades. Aber da braucht es natürlich eine erstens Verstetigung dieser Reduktion und eine Beschleunigung. Also wir kommen nicht auf Klimaneutralität 2040, wenn wir weitermachen wie bisher. Das hat ja auch das Umweltbundesamt ausgerechnet. Es gibt ja diese, über den nationalen Energie- und Klimaplan müssen ja zwei Szenarien eingereicht werden. Das WAM und das WAM-Szenario für alle, die es interessiert. Ganz kurz, da musst du jetzt einen Exkurs machen und WAM und WAM und auch den Energieplan wahrscheinlich nochmal erklären. Was ist das? Also der nationale Energie- und Klimaplan, den müssen alle Mitgliedstaaten an die EU berichten. Und da steht quasi drinnen, was sie jetzt schon machen und was sie noch vorhaben, verkürzt ausgedrückt. Und das sind eben die zwei Szenarien. Das WAM-Szenario ist mit Existing Measures, also denen, die wir jetzt schon gesetzt haben oder die in Ausarbeitung sind. Und mit Additional Measures, das ist das zweite Szenario, das WAM-Szenario. Das ist das, was man vielleicht dann noch vorhat oder sich auch noch dazu vorstellen kann. Und das Umweltbundesamt in unserem Fall, aber auch die Europäische Kommission schaut sich dann an, sind wir damit auf Zielpfad? Also wenn wir diese Sachen umsetzen, kommen wir dann an unser Ziel und das ist derweil noch nicht der Fall. Also da haben wir eine Lücke. Und die Frage ist jetzt, wie schließen wir die Lücke und was von den Additional Measures wird auch tatsächlich umgesetzt? Weil das ist ja natürlich etwas, was reingerechnet wird. Aber die Frage ist auch, was passiert mit der nächsten Regierung? Was passiert national? Wie schnell können die Bundesländer auch zum Beispiel erneuerbare Energien ausbauen? Da sind sie ja auch nicht auf Zielpfad. Und das zeigt uns einfach, dass da noch Aufholbedarf ist. Und die Frage ist, wie schaffen wir das und wer ist dafür verantwortlich und wer muss was umsetzen? Gerade dieser nationale Energie- und Klimaplan ist ja derzeit ein Gegenstand der politischen Verhandlungen. Bis in die Juni, wenn ich den richtigen Kopf habe, müssten wir die aktualisierte Variante, die idealerweise uns auf einen Zielpfad zeigt, nach Brüssel schicken. Wenn ihr beide jetzt einen nationalen Energie- und Klimaplan formulieren könntet oder müsstet, was wären denn da die wichtigsten Maßnahmen, die da drin stehen müssen? Also ich glaube, ich beantworte die Frage immer am liebsten so along the lines. Es gibt, wir müssen mehr vom Richtigen tun und weniger vom Falschen. Das ist ein bisschen billig, oder? Genau. Und was ist das aber? Also mehr vom Richtigen tun ist eben, wir haben Technologien schon vorher angesprochen, wir wissen, wir müssen raus aus Öl, Kohle und Gas. Das heißt, Erneuerbare ausbauen. Das heißt aber auch im Gebäudebereich, das ist ja so ein wichtiger Bereich, weil der so viel mit Infrastruktur zu tun hat. Und wenn ich heute noch eine Gasheizung einbaue, dann bleibt die halt da für 20 Jahre noch. Und wir wollen 2040 klimaneutral werden. Gut, Gasheizungsverbot ist jetzt grundsätzlich ab 1. März 2025 festgeschrieben. Im Neubau, aber nicht in der Sanierung. Also das ist ja auch noch eine Frage, wie kommen wir in Bestand raus aus Öl, Kohle, Gas. Das heißt, da mehr vom Richtigen machen, also eben mehr sanieren, Heizkessel tauschen, erneuerbare Energien ausbauen, wofür übrigens auch die Bundesländer zuständig sind. Und im Verkehrsbereich, also der Mobilitätsbereich ist ja der, wo wir am meisten Emissionszuwachs haben. Da muss man sich natürlich anschauen, so wie geht man damit um, dass man nicht eben so viel Zersiedelung hat, wie wir jetzt haben. Wie schaffen wir es, Infrastruktur zur Verfügung zu stellen im Sinne von öffentlichem Verkehr, dass man überhaupt umsteigen kann in manchen Regionen auf den öffentlichen Verkehr, aktive Mobilität etc. Also mehr vom Richtigen tun. Und was meine ich mit weniger vom Falschen? Wir haben halt noch immer extrem viel Geld, das wir in die falsche Richtung leiten. Das sind klimaschädigende Subventionen. Je nach Berechnung sind das ungefähr 5,7 Milliarden, die in die falsche Richtung gehen jährlich. Und da natürlich... Nur ganz kurz, was sind da die einzelnen Faktoren von diesen 5,7 Milliarden? Ich höre immer wieder mein geliebtes Pendlerpauschale. Genau, Pendlerpauschale, Dieselprivileg, solche Sachen stehen da drinnen, die halt jetzt gerade noch das fördern, was in die falsche Richtung geht. Und gerade beim Dieselprivileg, das hat keine noch so geartete Umweltkomponente. Das ist einfach geschichtlich so, dass wir Diesel einfach weniger Steuern zahlt als Benzin. Und solche Sachen zu verändern, um dann eben auch Kapital zu haben auf der anderen Seite, um in das Richtige zu investieren. Das wäre extrem wichtig. Und ich glaube, so übergeordnet braucht es aber nicht nur einen nationalen Energie- und Klimaplan im Sinne von, das macht die Regierung, sondern die Frage ist ja auch, wie schaffen wir es, die Wende überhaupt mitzugestalten? Weil es braucht ja jetzt eben in der Industrie extrem viele Entscheidungsprozesse, die in die richtige Richtung gehen. Es braucht in der Wirtschaft extrem viele. Da gibt es schon Leute, die vorangehen. Also es gibt schon Unternehmen, die vorangehen. Und die Frage ist, wie verstetigt man das? Wie liest man das in Rahmenbedingungen, eben damit auch da einerseits finanzielle Anreize, aber auch Planungssicherheit langfristig gegeben ist? Also wann darf ich was nicht mehr machen, was ich vielleicht bisher mache? Florian, ein Schlagwort, das man in dieser Diskussion, wo es darum geht, okay, welche Technologien nutzen wir jetzt, um auf diesen richtigen Zielpfad zu kommen, immer wieder zu hören ist, ist die Technologieoffenheit. Also die Flexibilität, dass, ich weiß nicht, sich die Leute aussuchen können oder die Unternehmen aussuchen können, welche Technologien sie einsetzen wollen. Geht das irgendwie mit solchen Strategien und Empfehlungen zusammen? Ja, sicher. Ich glaube, es geht nur so. Katharina hat es kurz angesprochen, die ist mit der Planungssicherheit. Ich glaube, das Kernelement von dem Ganzen wird eigentlich Planungssicherheit und Investitionssicherheit. Weil wir sehen ja sozusagen, ich habe in den letzten Jahren sehr viele Gespräche geführt mit Unternehmenslenkerinnen, also privilegierte Situationen natürlich, dass man dort sitzt und das tun kann. Und der Kapitalmarkt will das, die Unternehmen wollen das, weil sie wissen, dass sozusagen, wenn sie jetzt nicht investieren, dann haben sie kein nachhaltiges Geschäftskonzept. Auch die Bürgerinnen und Bürger wollen das, das zeigen ja alle Umfragen und auch die Gespräche am Stammtisch, wenn man auf einem sitzt. Und das ist schon spannend. Die Frage ist eigentlich nur, welche Technologien kann ich denn einsetzen? Und ich glaube, im Englischen sagt man more bang for the buck. Also wenn ich heute 100 Euro investieren kann, dann kann ich die investieren in etwas, was es schon gibt und ich kann sie investieren in etwas, was den größten Effekt für mich bringt. Das sind so diese zwei Dinge. Und wir sehen in der Diskussion sehr oft, dass da Druckbilder erzeugt werden, dass man von E-Filus spricht für den Pkw und deswegen Ausnahmen braucht, dass man grünes Gas in Unmengen erzeugt und die Heizung eh bleiben kann. Was tut das? Das eine ist, das gibt es halt nicht physikalisch und das ist keine Glaubensfrage, sondern das ist eine Frage von Naturgesetzen. Das gibt es nicht in der Menge nicht und das gibt es zu den Preisen nicht. Es gibt keine Studie auf der ganzen Welt, die das in irgendeiner Weise stützt. Und das ist sehr spannend, weil trotzdem wird so getan, als gäbe es das. Und das haben wir anfangs gesagt. Es gibt einen Grund, warum diese Druckbilder eingebracht werden. Und wenn ich also technologieoffen bin, dann gehe ich rein und sage, alle Technologien, die ich nutzen kann, die nutze ich. Wenn es die Technologien nicht gibt, dann kann ich sie nicht nutzen. Also es braucht eigentlich Technologieklarheit, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich heute sage, du kannst deine Heizung behalten, weil wir werden irgendwann einmal grünes Gas haben, dann kann man das machen. Dann muss derjenige, der grünes Gas verspricht, auch irgendwie eine Art Verbindlichkeit eingehen. Tut er oder sie das nicht, dann gibt es das nicht. E-Fuels ist ein ähnliches Thema, das ist Land auf, Land ab diskutiert. Natürlich kann ich das machen. Natürlich kann ich sagen, es wird irgendwann E-Fuels geben. Fakt ist, es gibt global, nicht einmal uns als weiss, in die Nähe kommend, die Menge, die man für einen Tanker brauchen wird. Europa braucht aber hunderte Tanker pro Tag, pro Jahr. Also das ist nicht real. Und deswegen glaube ich, Technologieoffenheit heißt Technologieklarheit. Technologieklarheit und die Technologien einsetzen, die man skalieren kann, die man jetzt skalieren kann und die kennen wir. Wir wissen auch die Technologien, die wir in fünf Jahren skalieren können, weil eine Technologie, die heute in der Forschung ist, wird morgen nicht skalierbar sein. Wir haben hunderte Jahre Erfahrung mit Technologieentwicklung. Das heißt, wir wissen, wenn wir heute an der Kernfusion forschen, dann wird die 2040, 2050 noch nicht in der Menge da sein. Rein, weil wir nicht genug Material haben, um das zu bauen alleine schon, dass wir das in die Höhe fahren können. Aber sind solche Prognosen, ganz kurz, nicht immer ein letztendes Annahmen, die wie die berühmten Seepocken sind und uns aufhalten? Weil wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, die erfreulicherweise einen sehr hohen Ausbau an Photovoltaik zum Beispiel gesehen haben, das schlägt, soweit ich das gesehen habe, immer wieder die Annahmen, wo sich alle Leute gedacht hätten, okay, so schnell kann das gehen irgendwie. Ist das nicht bei anderen Technologien auch wieder möglich? Absolut, absolut. Aber ich kann heute zum Beispiel sagen, brechen wir es runter. Wenn ich 2030 eine Menge X haben möchte von E-Fuels, dann müsste ich heute anfangen zu bauen. Das heißt, die Investitionsentscheidung wurde letztes Jahr oder vor zwei Jahren wahrscheinlich getroffen. Wenn ich mir anschaue, wer heute Investitionsentscheidungen getroffen hat, um zu bauen, dann kann ich damit eben, wie gesagt, nicht einmal einen Tank erfüllen. Dann kann ich sagen, 2030 wird es das nicht geben. Das meine ich mit Skalierbarkeit. Wenn ich von größeren Mengen ausgehe, dann kann ich auch heute schon sagen, welche Projekte in Planung sind und kann dann quasi einen längeren Horizont aufzeichnen. Bei der Photovoltaik ist es ein spannendes Beispiel. Das gibt es natürlich auch bei der E-Mobilität. Das waren aber Technologien, wo es nur mehr darum gegangen ist, die Menge zu skalieren. Also wir haben bei der Photovoltaik natürlich die Prognosen übertroffen, aber wir reden da jetzt nicht von einem Faktor 100 oder von einem Faktor 1000. Das sind die Größenordnungen, wo wir bei anderen Technologien sprechen. Und 1000 ist eh nur Euphemismus, sondern weitaus mehr wahrscheinlich. Und die Frage ist ja auch die Priorisierung. Also wo wollen wir E-Fuels und Wasserstoff in Zukunft einsetzen, weil sie sind relativ ineffizient in der Herstellung. Also wir brauchen sehr, sehr viel erneuerbare Energien. Wir müssen die sogar noch mehr hoch skalieren, um erneuerbaren Wasserstoff oder E-Fuels zu erzeugen. Und wollen wir die dann wirklich in der Breite einsetzen? Dort sind sie extrem ineffizient. Dort sind Stromanwendungen viel gescheiter und billiger langfristig. Also insofern, so kann man schon argumentieren, warum manche Technologien in manchen Bereichen Sinn machen und in manchen nicht. Und in Hochenergieprozessen, wo ich viel Energiedichte brauche in der Industrie, aber auch vielleicht in so Sachen wie eben Tankern oder so. Da kann man sich überlegen, wie kann man das so ausbauen, dass die möglicherweise irgendwann mit E-Fuels oder Wasserstoff betrieben werden oder dass die Industrie genügend Wasserstoff zur Verfügung hat als Energieträger. Ich finde bei Technologieoffenheit halt immer, das ist so ein vorgeschobenes Argument, das wird jetzt ein bisschen nerdig, aber da gehen wir ja davon aus, es gibt ein System, nennen wir es den Markt, der ist unbeeinflusst von irgendwas und es wird sich die stärkste Technologie durchsetzen, weil sie die gescheiteste ist. Aber wir wissen doch alle, dass der Markt so völlig unbeeinflusst ist. Und er ist nicht unbeeinflusst und das ist aber das Druckbild, das gezeichnet wird, wenn gesagt wird, wir sind technologieoffen und hier sind alle Technologien und meistens sagen ja die, die sagen, sie sind technologieoffen, dann eh eine Technologie, nämlich Wasserstoff oder E-Fuels. Das heißt, sie sind ja anscheinend für eine Technologie. Aber nehmen wir mal an, wir sind technologieoffen und bevorzugen nichts. Dann gibt es aber eine quasi schon bestehende Bevorzugung von bestimmten Technologien, weil wir eben, weil wir jetzt Tankstellen haben, die auf Flüssigtreibstoffen beruhen, weil wir die Infrastruktur haben, die jetzt so ausschaut, weil wir die Straßen haben, weil wir all das oder auch Subventionen in die Richtung, weil ich vorher davon gesprochen habe, all das führt ja schon quasi in eine bestimmte Richtung, nämlich weg von dem, wo wir hin müssen in eine transformierte Gesellschaft. Das heißt, wir müssen Regulatorien einführen, wir müssen Investitionsentscheidungen in eine Richtung treffen, damit wir überhaupt gegen diesen eben schon vorgefertigten Pfad überhaupt ankommen. Das kann man natürlich einwenden. Es gibt so viele staatliche Beeinflussungen der Märkte, dass man das kaum mehr auf irgendeine Nullebene bringt, weil wir haben die Mineralölsteuer, die dem Staat sehr viel Geld bringt und den Liter Benzin, glaube ich, um 83 Cent in der Größenordnung verteuert. Es gibt auf der anderen Seite das Dieselprivileg, das wieder ein bisschen billiger macht und auf der anderen Seite jetzt die Mehrwertsteuerbefreiung von Photovoltaik und, und, und. Kann man da irgendwie eine Nulllinie einziehen und sagen, okay, wenn jetzt der Markt wirklich so mit der unsichtbaren Hand und sonst gar nichts funktionieren wird, wird das und das rauskommen? Vielleicht, also das kann man eh nicht, aber ich glaube, die spannende Frage ist, ich komme jetzt mit einer neuen Technologie und sage, ich bräuchte, sagen wir Ihnen eine Zahl, 100 Milliarden Euro vom Staat. Dann ist ja die Frage, was erreichen diese 100 Milliarden Euro? Und auf der anderen Seite muss ich mir die Frage stellen, was tue ich damit? Oder wohin soll das denn dann laufen? Und jetzt habe ich für einige Sektoren, habe ich schon Lösungen. Das heißt, nehme ich 100 Milliarden Euro und erfinde eine zusätzliche Lösung. Oder nehme ich die 100 Milliarden Euro und gebe sie in eine Technologierichtung. Das sind ja alles nur Forschungstechnologien. Also quasi gehe ich auch forschungsmäßig in eine Richtung, dass ich später skalieren kann eine Technologie für Sektoren, dafür, dass es noch keine Anwendungen gibt. Also nehme zum Beispiel, das spannende Beispiel ist für mich immer die Stahlindustrie. Also ich habe, der Stahlindustrie investiere heute in etwas, in einen Stahlkessel, der steht dort 40 Jahre. Das heißt, ich muss heute eine Entscheidung treffen, die 40 Jahre lang anhält. Das heißt, ein Unternehmen, das heute investieren möchte in sowas, bräuchte eine sehr lange Planungssicherheit. Wenn ich jetzt sowas sage, na gut, ich nehme die 100 Milliarden Euro und stecke sie zum Beispiel in den E-Fuels für den Pkw oder ich stecke sie in Wasserstoff für die Gebäudeheizung, dann weiß das Unternehmen eines sicher. Das geht nicht zu mir, weil die Zahlungsbereitschaft oder die Zahlungsfähigkeit ist nicht so hoch. Das heißt, ich mache eine neue lenkende Maßnahme. Also du hast vorher gerade zitiert, warum der Markt verzerrt ist. Das stimmt. Ich verzehre ihn mit einer neuen Maßnahme und die neue Maßnahme muss ich mir halt überlegen, in welche Richtung verzerrt es diesen Markt. Und natürlich, eine neue Technologie hat ja oft noch keinen Markt. Das heißt, ich muss mir schon überlegen, wie gestalte ich den dann. Und ich glaube, gerade um auf die Geschwindigkeit zu kommen, die wir brauchen, braucht es Regulatorien und braucht es eben eine Art gewisse Zielrichtung, die vorgegeben werden muss durch Regulatorien oder durch gewisse Finanzierungen. Ich glaube nicht, dass es das beste Ziel wäre, quasi alle Regulatorien rauszunehmen und dann schauen wir, wie es sich von selbst verändert. Ihr habt vor kurzem mit eurem Institut eine Analyse veröffentlicht, welchen Reifegrad welche Technologien sind. Das fand ich ganz spannend. Können Sie das ganz kurz zusammenfassen und sagen, okay, was sind die Technologien, die schon marktfähig und so weit ausgereift sind, dass sie uns da wirklich weiterbringen, dass man das skalieren kann? Also gerade in der Breite einsetzbar sind die Technologien, die ich vorher beim NKP genannt habe, also erneuerbare Energien wie Photovoltaik oder Windenergie in der Stromproduktion, aber auch fürs Heizen. Solche Sachen wie eben Wärmepumpen sind schon zur Verfügung, sind billig, sind ausbaufähig und bringen extrem viel Einsparung. Es gibt ja auch diese, der IPCC hat ein bisschen ausgerechnet, wie viel von der globalen Reduktionspotenzial mit welchen Technologien möglich wäre. Und da sind solche Sachen wie eben erneuerbare und so immer an erster Stelle, weil die gibt es schon, die können wir ausbauen, die können wir skalieren. Was dann weniger erstens in der Breite einsetzbar ist und zweitens einen niedrigeren Technologiereifegrad hat, sind solche Sachen wie eben Carbon Capture and Storage, E-Fuels, Wasserstoff, die Sachen, die sehr viel in den Diskurs gebracht werden als Lösungen, damit wir nichts ändern müssen eigentlich. Manche davon haben in gewissen Anwendungsbereichen total die Berechtigung, so wie wir jetzt gerade die Ausnahme bei Industriebetrieben skizziert haben. Aber eben da muss man wirklich schauen. Erstens, weil der Technologiereifegrad nicht groß genug ist und zweitens, weil sie relativ ineffizient sind. Das heißt, selber viel Strom brauchen, dass wir sie priorisieren. Also quasi, wir müssen nach dem Schema vorgehen, die Sachen skalieren und ausbauen, die effizient sind und ausbaubar. Erneuerbare Energien, Wärmepumpe etc. Und die Sachen priorisieren, die jetzt noch nicht so in dem Technologiereifegrad existieren oder ineffizient sind. Und das Spannende dabei ist, finde ich immer, wo kommt es denn her? Die Analyse ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern diese Frage der Technologiereifegrad, kommt ja woher? Und das Spannende ist, das kommt von der NASA. NASA klingt immer gut, das kann man immer droppen im Gespräch. Wie gehen die ran? Die sagen einfach... Wo sind die CO2-Sünder mit den Raketen, oder? Die Emissionen fallen nicht in Österreich an, die sind uns egal. Nein, Entschuldigung, der Scherz, der Zynischer. Ich glaube, Elon Musk verursacht mehr mit seinem Programm. Die explodieren nämlich dann auch immer. Die NASA plant so ein Programm über mehrere Jahrzehnte, weil sie wissen, sie können erst in so einem Moment 20 Jahren wird die Rakete dann starten auf den Mond oder auf den Mars. Und da gibt es immer dieses Moonshot-Projekt. Und tatsächlich ist das auch so. Und die haben sich dann überlegt, okay, wenn ich in 20 Jahren die Rakete hinschicken kann, welche Technologien sind in welchem Reifegrad, dass ich sie dann einbauen kann in die Rakete. Und das ist sehr interessant. Das heißt, wir haben unsere Analyse basiert eigentlich auf einem Konzept, das global mittlerweile ausgerollt ist und seit 1988 mindestens existiert, wo man sich einfach anschauen kann, in welchem Stadium ist die Technologie. Ist sie Grundlagenforschung? Ist sie Demoforschung, also Demonstrationsprojekt? Oder ist sie skalierbar? Wenn ein Projekt heute in der Grundlagenforschung ist, die Kernfusion wurde genannt und wir haben uns da auf Daten gestützt von der internationalen Atomenergiebehörde, also relativ unverdächtig für ein Ökoprojekt zu sein. Und die Kernfusion ist in einem Stadium, dass es 2040 wahrscheinlich erstmals möglicherweise einen Versuchsreaktor gibt, der halt läuft und mehr Energie erzeugt, als er verbraucht. Also brauche ich nicht darüber reden, ob ich das heute schon ausruhen kann. Und bei den anderen Technologien geht das auch. Es ist ein sehr konservatives Modell, das sehr etabliert ist. Was sich aber lohnt, um ein bisschen zu illustrieren, was heißt Technologieoffenheit? Offenheit heißt, ich kann die Technologie, die im richtigen Stadium ist, mit den richtigen öffentlichen Mitteln bedienen. Verstehe. Jetzt ist diese Analyse ein Beispiel von den Dingen, die ihr als Kontextinstitut veröffentlicht. Wie stellt ihr euch denn vor, dass ihr als Institut mit euren plus minus elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur klimapolitischen Diskussion beitragen könnt? Was habt ihr vor? Also insgesamt vielleicht fange ich da nochmal auf der Meta-Ebene an. Wir haben jetzt ein Wahljahr, ein großes Wahljahr mit EU-Wahl, mit Nationalratswahl. Gerade im Klimabereich sieht man jetzt schon, dass sehr viel Polarisierung reinkommt. Klimaschutz wird zum Kulturkampf hochstilisiert. Es ist eben auch viel Falschinformation im Umlauf. Man hat das jetzt auch auf EU-Ebene gesehen mit dem Wiederherstellungsgesetz, also Renaturierungsgesetz, dass sich schon einige Blöcke auch in Position bringen und damit Desinformation kommen, um gegen diese Transformation sich in Stellung zu bringen. Und ich glaube, eine der Sachen, die wir gerne machen würden, ist das darauf hinzuweisen, das transparent zu machen, aber da auch drüber zu reden, was sind denn da die Lösungen dann? Also wir können ja nicht nur Pro- und Kontra-Debatten die ganze Zeit führen über eben, sind E-Fuels jetzt gut oder schlecht, brauchen wir Carbon Capture & Storage, ja oder nein? Wie viel Boden darf überhaupt versiegelt werden? Das sind extrem wichtige inhaltliche Fragen. Und wir müssen uns aber auch anschauen, warum werden die Fragen gestellt? Wer stellt diese Fragen? Warum reden wir über andere Themen vielleicht nicht, die dann unter den Teppich fallen? Wieso? Wer hat vielleicht auch Macht? Also wenn ich jetzt gerade an Deutschland denke, denke ich mir öfter, die FDP hat es ja mit 5 Prozent in die Regierung geschafft. Das heißt, da stehen umgerechnet 400.000 Leute hinter denen und die können auf EU-Ebene dann auf einmal so etwas wie ein Verbrennermotorverbot dem kontern und sagen, da braucht es Ausnahmen drinnen. Und dahin zu schauen, wie funktionieren solche politischen Prozesse? Wer hat denn Diskursmacht? Also wer hat denn auch Macht über Medien? Was ist die Rolle der Medien da drinnen, um solche Konflikte zu befeuern? Es gibt sicher positive Kräfte und es gibt auch sehr negative Kräfte. Also wenn wir uns die Bild-Zeitung anschauen und was die für eine Rolle in der Debatte in Deutschland zum Heizkesseltausch gespielt haben zum Beispiel. Also dahin zu schauen, wo die Diskussion über bestimmte Themen stattfindet, die Debatte zu analysieren und mehr in eben die klimapolitischen Entwicklungen einzuordnen, als nur inhaltlich zu debattieren, was jetzt gescheiter ist oder was nicht gescheiter ist, um dann eben weiterzukommen. Weil ich glaube, das Problem ist, wenn wir nur uns hinter inhaltlichen Debatten verstecken, dann reden wir nicht darüber, warum bestimmte Dinge nicht weitergehen. Und da geht es eben ganz viel um Machtverhältnisse, um Institutionen oder Unternehmen, die vielleicht an Macht verlieren würden, um Geld, das schon in eine gewisse Richtung geflossen ist, um Infrastrukturen, die uns einfach festhalten, quasi im Sinne von Lock-In-Effekten. Und das ist extrem wichtig, glaube ich, wenn wir weiterkommen wollen, diese Sachen auch zu besprechen. Verstehe. Und sehr oft geht es ja auch darum, dass Menschen einfach sehr gerne in einer Demokratie wirksam werden würden. Also entweder, wenn sie Journalistinnen oder Journalisten sind wie du oder auch UnternehmenslenkerInnen, die natürlich dann fragen, warum passiert das so und so? Warum wird die Entscheidung getroffen? Oder die. Und wir neigen dazu, Dinge zu skandalisieren oder beim ersten Warum sozusagen stehen zu bleiben, weil es auch kompliziert ist. Und natürlich macht es Sinn. Und das ist ja das, was wir tun wollen. Wir wollen die Komplexität reduzieren und die Antworten möglichst einfache und klare Antworten liefern, warum das dann passiert ist. Beziehungsweise auch nicht nur darüber reden, warum es nicht passiert ist, sondern was denn gut wäre oder was denn möglich wäre. Und auch hier also nicht nur quasi den warmen Eislutscher sozusagen, sondern was wäre denn tatsächlich möglich, umsetzbar? Was ja oft ein bisschen abweicht von dem, was idealtypisch möglich wäre, weil wir natürlich in einer Demokratie leben, wo halt Konsens passiert, wo halt möglichst mehrheitsfähige Dinge beschlossen werden müssen. Was müsste denn passieren, dass ihr sagt, hey, okay, wir haben eigentlich alles erreicht mit unserem Institut, wir lösen uns jetzt auf? Sehr gute Frage. So genau kann ich die gar nicht so beantworten, aber ich glaube, was mir wichtig wäre oder uns wichtig ist, ist mehr in einen konstruktiven und vorwärtsgewandten Diskurs zu kommen. Das heißt, wenn das Thema ein bisschen mehr außer Streit gestellt wird, also Klimaschutz ist ja leider noch immer etwas, wo viele Leute sich denken, das ist ein Hobby oder das ist, wenn man dazu neigt, dann ist das irgendwie schön, wenn man sich damit beschäftigt. Aber andere Sachen sind ja sehr wohl außer Streit gestellt. Also ich kann mich an ein Gespräch mit einem Journalisten erinnern, das war es nicht du, der dann gemeint hat, ja, ich kann nicht so viel über Klimaschutz berichten, weil ich darf mich als Journalist nicht mit einer Sache gemein machen. Und das ärgert mich immer so, weil ich das Gefühl habe, da geht es ja nicht darum, jetzt ein Partikularinteresse zu bedienen, sondern der besagte Journalist, der würde wahrscheinlich sich auch mit Transparenz gemein machen oder der würde sich auch wahrscheinlich mit Demokratie als Konzept gemein machen oder weiß ich nicht was oder den Menschenrechten. Und es gibt so ein paar Sachen, die dürfen diskutiert werden und da geht es eher um ein Wie und um ein Wie schaut das dann genau aus in der Demokratie oder wie soll ein Transparenzgesetz dann genau ausschauen. Und ich glaube, da müssen wir mehr hinkommen, außer Streit zu stellen. Diese Wende und diese Transformation, die muss es geben. Die wird es auch geben, weil es gut für uns ist, sowohl wirtschaftspolitisch als auch sozial etc. und wir reden eigentlich nur noch darüber, wie wir uns das vorstellen und wie wir konstruktiv ins Tun kommen. Und wenn wir dazu beitragen können, sowohl mit anderen Narrativen als auch eben dorthin zu zeigen, wo es mal nicht geht und wer dafür verantwortlich ist, dann haben wir viel beigetragen. Verstehe. Dann glaube ich, dass wir mit unserem heutigen Gespräch auch dazu beitragen konnten. Ich danke euch vielmals fürs Kommen. Florian Maringer, Katharina Rogenhofer. Vielen Dank. Vielen Dank und viel Erfolg für eure Arbeit. Danke für die Einladung. Danke dir. Das war unsere heutige Folge ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte empfehlt sie weiter. Social Media und den einschränkten Podcast-Plattformen. Ich stelle euch in die Shownotes auch noch den Link zu der früheren Folge ganz offen gesagt mit Katharina Rogenhofer, in der wir uns über diverse Folgen des Klimaaktivismus, die Klimakleber oder das Klimavolksbegehren unterhalten haben. Das war's für heute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020